Musik Seit 1929 gibt es an diesem Ort ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Seit Oktober 2006 unter dem Namen Zinniker Chronometrie Juwelen, mitten im Herzen von Zolikon. Musik In unserem Uhren-Atelier kümmert sich Reto Gahenzli um Reparaturen und Restaurationen. Er ist Uhrmachermeister und fertigt auch Einzelteile, die von Firmen nicht mehr hergestellt werden. Auch komplexe Uhren sind bei ihm in guten Händen. Musik Die legendäre Uhren, die zuerst auf dem Mond war. Musik 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 Musik